Für die meisten Menschen ist eine Existenzgründung etwas völlig Neues, was sie zum ersten Mal erlebt haben. Und daher ist es völlig verständlich, dass auch die entsprechenden Berater zu kontaktieren und zu nutzen für die erfolgreiche Gründung auch etwas völlig Neues und Unbekanntes ist. Meine Aufgabe wird es heute sein, ein wenig mehr Licht in die Sache zu bringen. Wo und wie können die Berater überhaupt vor und nach der Gründung helfen? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern habe viele andere Unternehmen aufgebaut. Aber auch nach der Angestellten-Tätigkeit war es für mich auch das erste Mal dran, etwas Neues zu gründen. Und ich habe damals viele Fehler gemacht und genau hier kann dir ein Berater helfen, viele Fehler nicht zu machen, um möglichst schnell zu deinem Ziel zu kommen. Bereits vor der Gründung kann der Berater dir helfen, überhaupt deine Geschäftsidee zu bewerten, zu analysieren, die Strategien zu überprüfen, eine Machbarkeitsanalyse zu machen, den Markt zu bewerten, die Mitbewerber zu bewerten und auch zu gucken, welche Finanzierungsmöglichkeiten stehen überhaupt für dich zur Verfügung. Als nächstes kann der Berater dir dann helfen, eine konzeptionelle Planung zu entwickeln, also das Konzept, wie der Markteintritt wirklich gut gelingt und wie deine ersten drei Jahre Anlaufphase abzubilden sind und wahrscheinlich auch verlaufen werden. Als nächstes kann der Berater dich auch dabei begleiten, die entsprechenden Finanzierungsinstrumente nicht nur zu beantragen, sondern auch zu bekommen. Sprich dich vorzubereiten auf das Gespräch mit dem Sachbearbeiter bei der Agentur für Arbeit, auf das Gespräch mit der Bank, wenn du Fördermittel dort beantragen willst oder auf das Gespräch oder das Pitchen vor den Investoren, wenn du Privatkapital einsammeln willst. Viel wichtiger aber für dich in der reellen Umsetzung ist die Projektplanung in der Planungsrechnung, also den Zahlen und dem Textteil, wo genau die Etappen, Kursrichtung deines Ziels auch bestimmt werden. Also du willst ja nicht nur zeitnah, dass das Unternehmen sich trägt, dass du davon leben kannst, dass du dir entsprechende Reputation und jetzt entsprechende Brand entwickelt hast, sondern du willst ja auch irgendwann das eingesetzte Kapital zurück oder vielleicht so weit das Unternehmen aufbauen, dass du Mitarbeiter einstellen kannst. Und hier machen viele Gründer den größten Fehler. Nicht am Anfang, dass sie alle Fehler mitnehmen bei Banken und Jobcentern und viele unnötige Ablehnungen bekommen und damit bares Geld verschenken, sondern sie machen einen ungenügenden Finanzplan und legen diesen dann auch noch in die Schublade. Entscheidend ist aber, dass du mit einem Berater gemeinsam, mit einem Mentor gemeinsam über die Monate, über die Jahre, jeden Monat dich wieder zusammen hinsetzt und analysierst, wo wollte ich hin, wo bin ich heute, gibt es eine Kursabweichung und wie kann ich diesen Kurs korrigieren. Von daher kannst du die Berater besten vergleichen mit der Tätigkeit eines Reisebüros. Vor dem Antritt der Reise planst du alles und du kannst dich auf Experten verlassen, die genau wissen, wie und wo es dort sein wird, wo du hinfahren willst, die die Rahmenbedingungen kennen, die die Impfpflichten kennen, die die Währung kennen und die auch empfehlen, welche Hotels, welche Orte solltest du besuchen, welche besser nicht. Nachdem du im Reisebüro warst, kommt dann schließlich der Reiseführer und der begleitet dich dann in allen Etappen, Kurs Ziel, der holt dich ab, warnt dich und führt dich an den Untiefen vorbei und an den Klippen, bis du schließlich mit ihm gemeinsam auch das Ziel erreicht hast. Und dazu möchte ich dich ermutigen, gerade wenn es deine erste Gründung ist, nicht alleine auf Tour zu gehen, sondern dir einen professionellen Berater oder sogar ein Team an Beratern zusammenzustellen, die dich bei der Vorbereitung, bei der Prüfung deiner Idee begleiten, bei der Umsetzung und schließlich auf dem Weg Kurs Richtung Ziel. Und hierzu kannst du jetzt nicht nur das Video jetzt liken, den Kanal abonnieren, sondern auch gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne sind wir deine Begleiter bei der Vorbereitung, aber auch bei der Durchführung bis zum Exit. Zudem zeigt uns, wann du dann schließlich ein Unternehmen mit hohem Mehrwert auch verkaufen kannst. Dein Daniel Schäfer.